Uliquimoli Motorrad Grand Prix von Deutschland. Das Auftakt tränen wir in der Kategorie der Motor 3 mit zwei unglaublichen Duellen um die Podest-Sätze. Und wir kommen zur Siegerehrung und wir gratulieren zunächst dem siegreichen Team, der Mannschaft von Red Bull, KTM, Ayo. Gratulation an Niklas Ayo. Gratulation an Niklas Ayo. Und der Winner, unser Sieger, Red Bull, KTM, Ayo. Aus der Türkei ist Made in Victory, Deniz Aksu. Den grüßen Dieter Baubart, den Marketing Director, Diki Merlin, der zunächst einmal die wunderschöne Trophäe überreicht. Ablass siegreiches Team, nochmal Applaus für Niklas Ayo. Wolfgang Wagner-Sachs, der DMSB-Präsident, mit dem Pokal für Platz Nr. 3. Gratulation Daniel Volgano. Wir sagen Hallo zu Jorge Viejas, der FAM-Präsident, mit dem Trophäe für Platz Nr. 2. Und zunächst einmal Gratulation an die beiden anderen. Und dann FAM-Präsident für Ayumu Sasaki. Wir begrüßen ganz besonders Michael Kretschner, den Ministerpräsident von Sachsen, mit der Siegertrophäe. Und die Siegertrophäe geht erstmals hier an Deniz Aksu. Und zu Ehren des Siegers hören wir jetzt die türkische Nationale. Und zu Ehren des Siegertrophäe geht erstmals, mit der Siegertrophäe geht erstmals, mit der Siegertrophäe geht erstmals. Und die Siegertrophäe geht erstmals. Applaus Applaus